Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloons Tower Defense 6. Ich bin eklig erkältet, deswegen gibt es heute keine Kamera. Ich habe auch ein bisschen was gelesen, da wurden, ne, wegen hier Doppelgeldmodus und so, ich mach's aus. Habt ja recht, da ist ja nichts richtiges dabei, wenn ich hier, ne, aber ich habe immer noch keine Nachricht bekommen. Niemand hat sich darauf gemeldet, welchen Held ich mir denn jetzt als nächstes holen soll. Wäre ja mal ganz toll, wenn sich irgendjemand zu äußern würde, weil ich weiß es nicht. Ich nehme, äh, also Admiral Brickle fällt raus, den nehm ich nicht. Aber ihr habt ja immer noch Etienne, Psy und Soda, oder Soda, keine Ahnung. Aber heute gehen wir Chili Vanilli rein, und zwar gehen wir in Schrottplatz. Leicht. Joa, machen wir mal. So. Gibt's da was Besönes, wenn ich den baue, oder wat? Oder wie, oder wat? So, mach mal. In der Zeit... ...putze ich mir die Nase. Mal wieder. Ich muss nur mal eben gucken, dass ich hier auch... Anscheinend habe ich es richtig gemacht, weil auf einmal war der Ton weg. So, miese Kiste, einer ist durch, aber... Hat das noch Glück? Ich weiß es nicht. Äh, äh, äh. So, dann wollen wir mal. Wie sieht's aus? Ähm, so. Oh, Ingwer-Tee, ne? Das brennt so richtig schön im Hals. Gut, 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 gut. Was machen wir als nächstes? Jawohl. Hab verstanden. Äh, ja. Gut. Ich will aber erst hier Glüfen-Ricochet. Ricochet. Du kriegst das hin. Ich trau dir... Oh, ich vertrau dir blind, Brudi. Yeah. Nice. Warte mal, die kommen hier, hier und dann fahren die hier hoch, ne? Ja, macht nix. Sehr gut. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, sorry. So, so, so. Oh, die Nase kribbelt so. Oh, je, je, je. Oh, Eckhälpungen sind sowas Feines. Schön. Ich wollte gerade gucken. Habe ich mich überhaupt wieder entmutet? Aber anscheinend schon. Das ist gut. Das wäre sonst echt... doof. Ich habe das schon wieder. Das wollte ich gar nicht. Der eine Kollege da. Oder was? Peng. Gut. So. Machen wir die mal auf Moorabdruck. Gehen wir auf Stärkste. Nicht, dass da noch gleich ein Malheur passiert. Gut. 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 Perfekt. Machen wir noch das. So. So, was soll jetzt noch passieren? Richtig, gar nichts. Yes. Ja. Ah. So, was soll jetzt noch kommen? Ah, Guys? So. Seht ihr? War das gut oder war das gut? Gut. Hauptseite. Ausgezeichnet. So. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und schreibt mir bitte in die Kommentarsektion, welchen Held soll ich denn kaufen? So. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao, ciao.